Aber dann doch nicht ganz so sehr, weil wir haben von Anfang an alle... Und los! Und ja, das kommt auch noch hinzu. Knochen-Terrorist sind auch Untote. Wehrt euch, Schwestern! So. Wir sind in Gefahr! Ja! Vorwärts! Schnell! Gebt das Zeichen! Einsatzbereit! Und wir sind bald davor, wieder abzugreden. Also die Bevölkerung abzugreden. Das vorletzte Mal. Ja, wie gesagt, das hier kann ich machen, wenn es in die Richtung nicht mehr weitergeht. Weil irgendwie halten die hier die Füße recht still. Ja! Und los! Folgt mir! Vorwärts! Schnell! Jetzt können wir... Fünf neue Druinen. Fünf neue Paladine. Ja, zur Ehre Aronius! Und der Knochen-Terror kann sich nicht mal wehren, weil er dauerquist ist. Da ist auch ein Wasser mir übrig geblieben. Also ja, auch vom Schwierigkeitsgrad her kann man die Map ziemlich gut mit... ...der letzten Map vor... Vorwärts! Folgt mir! ...Order of Dawn vergleichen. Weil, jedenfalls, in der Kombi, wie wir gerade spielen, ist es recht, wirklich, wirklich... ...recht einfach. Da wir ja einen Haufen Heiler haben. Vor allem die besten Heiler, die es eigentlich gibt. Die Druidinnen mit ihrer Heil-Aura. Vorwärts! Gebt das Zeichen! Befehlt! Verstärkt die Verteidigung! Erwarte Befehle! Ich höre... Vorwärts! Folgt mir! Ja, und hier unten... ...Haben wir die Entwickler des Spiels, die eine Tor bewachen... ...Bereit! Vorwärts! Und eigentlich sollte... ...demnächst auch jemand auftauchen, der den Löffel abgibt. So als kleines Easter Egg. Auch wenn er nicht wirklich hier sterben dürfte, weil er in Space Force 2 auch noch vorkommt. Ey, Spoiler, Spoiler! Hust, Hust! Hust, Hust! schwarze türme und ja ab hier wird es gefährlicher ab hier haben wir nämlich die eisernen vor allem die nachtmahre könnten problematisch werden und ja ab hier geht es nicht mehr weiter gott die haben immer noch aria ja ich weiß ich habe hier irgendwo auch linie frei gemacht oder kann den ja frei machen ich habe es freigemacht also dicker batzen linie aber ja was ihr wollt hier ist wieder etwas weniger was ist euer begehr dorthin auf mein zeichen und los vorwärts und los hier können wir eigentlich alles platt machen weil die einzige giftfläche ist hier oben sichern auf mein kommando vorwärts vorwärts auf mein kommando und los zur ehre aronius genau das sind wieder die nachtmahre mit ihrem unglaublich üblen schaden auf mein kommando erwarte euer kommando vorwärts bereit in die schlacht mein bogen für die rune los schwestern auf meinem befehl vorwärts geisteraffe geisteraffe und blutaffe doch die sind uns dieses mal friedlich gesonnen ja und an die trug kommt man nicht ran also man selber die ist wie gesagt nur ein easter egg weil da jemand klauen gehen will ein dachtmahre ich bringe in hilfe du mir zuhören ein sprechender affe alter mann hat gelehrt menschenrufe du zuhören du nicht kommst in tempel mauern zu tore zu kannst du mir helfen ja ja ich kenne weg in tempel weg in knochenhaus aber geheimer weg schwerer weg weg nur affenjunge kann gehen ich klettere hinein und öffne ein tor und du machen dann maskenmann kaputt machen fort alle knochenmänner fort alle eisenmänner deshalb bin ich hier kleiner freund öffne das tor für mich okay hätten wir vielleicht warten soll noch damit fort alle eisenmänner Das war's für heute. ...hätten wir definitiv noch warten sollen damit. Könntet ihr das bitte wegmachen? Ich will sehen, von was ich angegriffen werde. Ach so. Nur von dem da. Sucht und befreit Darius. Darius ist noch immer unter der Feuze des Maskierten gefangen. Ihr müsst ihn finden und befreien. Folgt dem Weg die Steintreppe hinauf. Ach du meine Güte. Aber es sind nicht sonderlich starke. Erwarte euer Kommando. Augen offen halten. Na gut, es ist ein Nachtmahl dabei. Sie schlagen zu. Es sind zu viele. Bleibt standhaft. Sind auf Feinde gestoßen. Einsatzbereit. Gebiet sicher. Befehl verstanden. Fort, fort mit euch. Schnell. Schnell. Okay, das Tor ist offen. Noch kommt nichts raus. Was auch gut ist. Aber ganz ehrlich, wo war das Lenia, was wir noch gefunden haben? Da ist Eisen und Dinge. Aria. Hier war ein Batz. Kleiner Haufen Lenia. Vorsicht, sie sind hier. Befehl verstanden. Befehl verstanden. Mein Bogen für die Ruhne. Mein Bogen für die Ruhne. Mein Bogen für die Ruhne. Einsatzbereit. Gebiet sichern. Hauptproblem sind die Dinger hier. Weil die sind halt Armee-Chiller. Sch. Sch.